ich will mein Gott schwebt da mann 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 da ist das ist ein bisschen zu tun du hast ihn tot getwittert wer hat wer wer hat jemand essen hey du hast essen digga danke auf gott steaks and irgendwas anderes noch hier kann man Redstone Hörmann Jungs komm mal her die Hörger woher woher kommt er kommt er kommt er auch Sascha die macht und wir müssen feiten mehr wird wird geboren und geboren und du scheiße ob auch bald das geliebte und mein Freund heute gibt es den Giftspil in Ruhr mann als auch normaler so gut bist du hier ich gebe euch sie bereich ich hier Wir dürfen uns nicht verlieren, Mann. Okay, warte mal. Redstone baue ich ab. Nicht abbauen mit deiner kleinen, hässlichen... Das geht nicht, Mann. Nur mit deiner Eisner. Eisner. Ich wollte versuchen. Vielleicht diese wäre. Geh gern. Ah, Jungs, da ist Lava. Aufpassen, aufpassen. Ich habe Erde. Ja, warte kurz. Bevor du was machst, erst gucken, was hier alles geht, weißt du? Bevor wir hier was zubauen. Oh, ich habe Angst. Wieso? Bohr Lawler. Ja, schaut doch, doch! Wir machen uns ça дос- Ich sag nur, die processing. Jungs 2 hier sind wir schon unten Diamanten genau ich mir ist es schon war wie siehst du was also hier ist nichts wo er hat die Stadte hat mein Spaß Moritz heißt das nicht bevor ich habe und es ist toll ich bin die Jungs Angst haben wollte ich mal nur was vorbeirkt sagt die richtige der bei jedem Ort wenn sich in die Hose Pisten nein ich meine dass es gerade positiv weil ihr weißt du so wie heißt es ja ich weiß Jungs also da war es ist da drüben kann ich mir vorstellen das da was ist und ich bin ich versuch mein Glück nicht gekämpft was soll ich aber hier ist Lager ist genug Licht Lappes Alonum Lappes Alonor Roman Roman schon wie das hier war ein anderer biet recht ich habe noch Schalt bei mir ernervt aber die ganze Musik echt mehr mann nicht leise und weil es sich konzentrieren bis ins Leise ist es nicht schön wenn nicht wenn ich lieber oben suchen der Klaren müssen auf dieser Ebene suchen also von oben kann keine Lauer runterfallen noch klar war was was ist jetzt klar ich habe keine Kahn und wird irgendwann eines Tages das ist das schlimmste Foto den ich mir vorstellen kann so wie soll sie die Truhe nicht nach unten genommen ihm welche Truhe diese Bautruhe wo man alles braucht den Box habe ich dabei ich schmeiß mal hier aber ich habe kein Wort das ist in der Pflicht du hast Holz und sagt nichts und ich bin ich habe keine keine Sticks hier geschmeckt Sticks ganz zu machen nur bei der Erden sind dann hier wollen es sind also ich finde die Lauffarbe hinterher wo ist die Box hier okay was gibt es noch aus der Sticks nein mann mann das wollte ich nicht viel lassen jetzt nicht viel um ich kann die 5 Uhr für fünf Euro gehen fünf Stück ne ne lass mal bis zu wenig fünf Stück wo war es mal das ist so Kuschel auswarten das ist ja ein Bohr naja wo er für mich okay habe ich noch vor dem Habe und da ist nichts mehr aufpackt Scheiße hier vor die Mühe geben und vielleicht gibt es hier was wir sind bei 20 Digger ein Bauchstuhl müssen weiter runter ne Schieb Schieb ne noch soo ah joo ich hab Musik ich hab Musik boah wetten du gehst drauf gleich du musst zu uns kommen mann wer ich? ja mann warum sag der mir nichts ich baue hier die hast du auch ein paar Schaufeln gemacht ähm hab ich ja ne die Schaufel reicht noch ich hab ne Eisenschaufel okay wir sind bei 17 Scheiße man man kann doch auch die andere Richtung gehen oder? ja ja muss man gucken auf jeden Fall ist Eisen reichlich da ist nicht schlecht wo seid ihr jetzt? wir sind unter der Erde unter dem Meer ja ich bin boah such nach den Namen man das muss ja du darfst du nicht weit weg sein von uns boah ich hab's gefunden Jungs boah aber kein Eisen kein Diamant nur so aber ne fette fette Höhle mit fett fehlender da waren such die Namen boah ich sehe das auch boah boah was boah 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 suchen mann so ein Verpasst durchschulden Mann such die Namen die Namen ich glaub du verpasst was übelst ist Sascha ja mann ach du scheiße so was cooles hab ich schon lange nicht mehr gesehen in meinem ganzen Leben man ey Alter 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 boah es ist so cool mann so cool so was von cool ja der hat meinen Bogen von euch mann boah der Fabi hat's Upgrade boah ich hatte so einen schönen verzauberten Bogen richtig richtig die Betonung nicht auf hatte und den wirst du nie wieder haben scheiße ist es der Olic oh Creeper ist gerade in Lava draufgegangen sehr schön das ist immer sehr erfreulich würde ich mal so behaupten boah Redstone des Grauens da hinten ist 100% Diamant 100% ich finde bestimmt auch was wenn ich in die Richtung gehe Sascha du darfst nicht draufgehen mit diesem Eifen oder ah der hört gar nicht zu natürlich nicht ich glaube da sind Diamanten das Diamantenschauer des Grauens ich glaube hier geht's ab wo bin ich denn gelandet habt ihr was gefunden Jungs ne Ertrag des Grauens wir brauchen Diamants die sind püdevoll weich noch gar nichts man nur Eisen und wenn ihr eure Mauer baut passt ein bisschen auf weil wenn ein Skeleton kommt dort das Grauens ja also wurde Sascha und sollten alle das geht doch nicht kaputt mit einer Schaufel das wird geht alles kaputt und gehen lernen was du nicht 17 hin zu mir da habe ich falsch gedacht und falsch gedacht ich dachte wirklich das ist wirklich hier ist jemanden vielleicht aber auch nichts gefunden und traurig die Verarschungsvolle Nein Scherbischer Schädiger Arnach Hei Sascha pass auf du stirbst Sascha bitte hör auf damit warte mal so ist es überhaupt kann sie sehen kann es sein das ist so was sieben guck mal das System des Grauens wieder was eben ob der Lauer da gibt's keine Lauer es kommt gleich raus pass auf wie ich muss auch was ist dauerkommt dort ist der Start wo 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 ich habe gar keine Spitzhacken gar keine um jetzt doch mehr und soll ich sagen ich habe schon die letzte Glauben ich habe jetzt einmal nach links krebs oder bezieher rechts dann dann kommt ganz viel Lava ja wo bin ich dort dann ich würde es nicht machen ich meine nur pass auf Wollauer kommt raus ja da machst du gleich wieder zu geh nicht drauf Sascha m so ich hab's zugemacht aber warte warum geht es so raus das muss doch nicht was denn bohr wo seid ihr denn haben wir genug Spitzhacken am Start aber die Lauer die Lauer hat das vollgemacht alle noch Spitzhacken ja wie viel brauchst du denn eine eine kann ich geben ich bin so freiglich über so cool mal dass ich tausende das wäre ich der Spitzhacken Verkäufer mal wie viel hast du denn zweitens nur so drei ein ich hab ja es reicht scheiße Mauer aber bei der Musiker war keine Action das ist hier hier gibt es die Spitzhacken der Nachbar ist gerade so reingegangen so hat man ein Fenster reingeschaut der Dirk was nicht bezeichnet wir sind eine Haarsch üblich gerne gerne ich bin hier auch doch einen Mann er gibt dann die mit ihm und immer weil die das einst für die mich erbeteilt und besuche ich die ganze Zeit aber ich finde ich nicht nur auf dem Ort wie geil man ist vor viel los Sascha, was machst du? Eine Brücke rüber, oder? Ja, aber doppelte Brücke, sonst ist es zu gefährlich. Ja, ja. Oh, ich bin schon hier, Ding. Sascha. Wo? Hier, andere Seite. Wie, wo? Hier. Wo bist du? Hä? Ey, warum bist du so schnell da? Wie bist du da hingekommen? Trick 18. Was 18? Trick 18. Kennst du nicht? Du musst einfach 18 reinschreiben. Oh, oh, oh. Diema, wo bist du eigentlich? Ich hab euch gesucht. Ich weiß gleich, findet einer von den Diamanten, Alter. Ja, Mann, dann feiern wir alle so. Ja, aber nur einer kann es abbauen, kann das sein. Ja, ist nicht so schlimm, ist ja unser. Unser, unser. Oh, nein, ich wollte Punkte abchecken, scheiße. Dixer, warum gehst du in Lava, du? Oha, warum Dixer? Motherfucker, du. Kleiner Bastard. Okay, ich hab mich abgeliebt. Ja, unser Nachbar hat gerade reingeschaut und ich glaube, dem ist kalt, weil ich die Heizung ausgemacht habe, obwohl wir heute 25 Grad im Schatten hatten. Zu sein Ernst? Und zu kurzem ausgehen, Pause machen wir uns. Ne, ne, also er hat nur geguckt, aber mehr auch nicht. Mach's so. Boah, Jungs, aber ich geht's voll ab, oh ne? Warum musst du eine Stimme, Mann? Was hast du, Melonen-Verkäufer? Ah, frische Melone! Melone! Ah, Jungs, hier geht's voll ab. Hier geht's voll ab. Wir sind keine Monster. Scheiße, hier ist überall. Oh, Diamant, Diamant, Diamant. Das sind Diamant? Nein. Oh, Mann. Oh, ich hab einen Raum gefunden. Müsste viel, weil wir auch dort? Ne Wochen. Ne. Diamant. 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 Diamant, Diamant, Diamant. Boah, was habe ich denn, was kann ich noch? Den Lava reinsetzen, Stein. Stein des Grauens. Hier muss doch, oh Mann, wo ist Diamant? Es muss doch irgendwo sein. Irgendwo muss so sein, diese Diamant. Ja, diese. Was ist das? Was ist das? Das ist Lava des Grauens am Start. Was ist das? Ich hab ein bisschen Angst. Von da sind wir gekommen, na toll, Mann.